Hm? Hallo meine Freunde der Sonne. Ich hoffe, es geht euch gut, wenn nett, dann nett. Heute kommt ein FAQ von mir. Ich glaube, das heißt... Was heißt denn FAQ, Alter? Weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass man da Fragen beantwortet. Ich hole kurz mein Handy, dann google ich FAQ. Hey Siri, was heißt FAQ? FAQ bedeutet Zusammenstellung von Informationen zu besonders häufig gestellten Fragen, häufig auftretenden Problemen, zum Beispiel bei Gebrauchsanweisungen oder auf einer Homepage. Ach du Kacke. Ich hoffe, ihr denkt jetzt nicht, dass ich komplett bescheuert bin, weil ich das jetzt nicht genau definieren kann, aber auf jeden Fall ist das eine Frage und Antworten. Video. Okay, nice. Wenn ihr im nächsten FAQ wollt, dass ich eure Frage vielleicht beantworte, müsst ihr mir auf Insta folgen, liebe Leute, weil ich euch da immer aufrufe, mir Fragen zu stellen. Deshalb, by the way... Folgt ihr mir eigentlich schon auf Insta? Also ich habe mir hier in dieses Buch häufig gestellte Fragen beziehungsweise interessante Fragen reingeschrieben. Die erste Frage ist, bist du zufrieden mit deinem Aussehen? Ja, liebe Leute, also ich... Also ich würde sagen, dass ich schon zufrieden bin mit meinem Aussehen. Irgendwo gibt es so kleine Problemzonen wie bei jedem anderen auch, denke ich mal. Wie soll ich das sagen, liebe Leute? Insgesamt bin ich echt zufrieden mit mir selber, aber so... Ich würde schon gerne noch an meiner Figur arbeiten, weil ich früher, wo ich so ein bisschen dünner war noch, echt zufrieden war, liebe Leute. Ich war wirklich zufrieden. Ich versuche das mal zu erklären. Wenn das hier absolut unzufrieden ist und das hier absolut zufrieden und mein Kopf jetzt die Skala bestimmt, wäre ich hier. Aber Leute, was ich euch sagen kann, ist, dass ich wirklich schon länger im Kopf hatte, dass ich wirklich ein bisschen was an meinen Lippen machen möchte. Ja, vielleicht kommt da was auf euch zu oder auf mich zu. Also eure Lippen werden nicht aufgespritzt, keine Sorge. Ansonsten bin ich wirklich happy. Die nächste Frage ist, was bedeutet dein Tattoo? Ach, ich zeige euch die Tattoos von mir aus nochmal. Vielleicht haben es einige nicht mitbekommen, aber ich habe mich tätowieren lassen. Und zwar diese zwei Tattoos hier. Das ist das Geburtsdatum meiner Oma und das ist das Geburtsdatum von meinem Opa. Und ja, dementsprechend stehen sie halt für meine Großeltern und dass sie halt von großer Wichtigkeit in meiner, in meinem Leben sind oder sprechen oder sind. Toll, da wollte ich gerade einen schlauen Satz droppen. Und ja, sie leben noch, liebe Leute. Das bedeutet nicht, dass sie tot sind, nur weil ich sie tätowiert habe. Das wäre doch schrecklich. Und ich weiß, dass meine Oma und mein Opa meine Videos immer gucken, deswegen... Hallo Oma, hallo Opa. Ich liebe euch. Maschallah Habibi. Nächste Frage. Wie viel wiegst du zurzeit? Ich wiege zurzeit... Asch! Leute, jetzt kommt das, was wahrscheinlich jeden auf dieser Welt interessiert. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, wie viel ich wiege und ich will es auch nicht wissen, weil mein Gewicht bzw. der Blick auf die Waage schon oft genug meine Laune runtergezogen hat oder mich einfach richtig, ja, mich einfach richtig traurig gemacht hat und kaputt einfach. Und mittlerweile denke ich mir einfach nur so, also mein Gewicht muss eigentlich nur der Arzt am Ende des Tages wissen, wenn irgendwas ist. Und sonst geht mein Gewicht niemandem was an, Alter. Für mich persönlich, ich will mein Gewicht auch nicht wissen, deswegen bin ich schon länger nicht auf der Waage gewesen. Ich will einfach, wenn ich in den Spiegel gucke, zufrieden mit mir sein und auf jeden Fall hilft das echt. Und auch so, wenn Influencer oder sowas auf die ihr hochschaut bzw. die euer Idol sind oder sowas, ihr Gewicht preisgeben, orientiert euch bloß nicht an dem Gewicht. Für jeden ist ein anderes Gewicht gesund oder ungesund oder jeder hat ein unterschiedliches Gewicht. Habe ich das richtig gesagt? Richtig gerade. Wenn jetzt, keine Ahnung, Pamela Reif, Pamela Reif, Pamela Reif, Pamela Reif 60 Kilo wiegt oder so, dann bedeutet das nicht, dass ihr auch 60 Kilo wiegen müsst. Also ich spreche aus Erfahrung, guckt einfach nicht mehr auf die Waage, die juckt mich zum Beispiel die Bohne und der Blick in den Spiegel reicht mir aus, um einschätzen zu können, ob ich zufrieden bin oder nicht. Wünschst du dir irgendwann Kinder und wie viele? Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall so ein Thema. Also, sorry, wenn ihr jetzt meinen Ausschnitt gesehen habt, aber wenn ihr jetzt da reingeguckt habt und das geil findet, dann bedeutet das, dass ihr auch auf Arschritzen steht, weil das gerade auch wie eine Arschritze aussieht. Ach du, hey. Spaß. Was labere ich eigentlich hier wieder für Scheiße, Alter? Aber auf jeden Fall zum Thema Kinder. Erstens, wenn man Kinder haben will, braucht man eine zweite Partei im Leben. Die ist nicht vorhanden. Ist einfach nur Kacke, was soll ich sagen? Ich bin 18 und jetzt zu diesem Zeitpunkt denke ich überhaupt nicht an Kinder, liebe Leute. Kinder, ähm, also aktuell, ich kann mir aktuell gar nicht vorstellen, Kinder zu kriegen, auch nicht in fünf Jahren. Ich bin ein sehr loster Mensch, wenn man das so sagen kann. Und, ähm, ich habe sehr wenig Plan vom Leben. Also, so fühlt es sich auf jeden Fall an. Und man sagt ja auch, dass, ähm, ich weiß nicht, so Leute in meinem Alter denken, die wüssten schon alles über das Leben. Aber nein, es fühlt sich so an, als ob ich keine Ahnung vom Leben habe und mir sehr viel unter die Arme gegriffen werden müsste, weil ich es sonst alleine nicht schaffe. Ich fühle mich nicht in der Lage, einem anderen Menschen zu erklären, wie die Welt funktioniert und wie sie nicht funktioniert. Klar, jetzt werden einige sagen, ja, das lernt man selber mit der Zeit und bla bla, keine Ahnung. Bla, keine Ahnung, man hört niemals auf, Erfahrung sammeln. Ja, das stimmt auch. Ich glaube, ich würde das nicht packen und deswegen nein. Aber an sich, wenn ich irgendwann mal Kinder haben wollen würde oder so, fände ich 28 wären ein gutes Alter für mich. Und, äh, die nächste Frage ist, hättest du gerne eine Beziehung? Also, ich denke, jeder von uns wäre auf irgendeine Art und Weise ein bisschen Zuneigung bekommen. Das, ähm, trifft auch auf mich zu. Aber, ähm, ich glaube, die kriege ich halt von meinen, äh, Freunden Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Aber so liebestechnisch, Bitch, ich glaube, ich wäre nicht in der Lage, aktuell, ähm, mit jemand eine Beziehung zu führen, weil ich einfach mich so ein bisschen auf mich konzentrieren will. Und ich glaube, ich bin einfach noch nicht bereit dafür. Und, ja. So, ich denke, dass Freundschaften so das Bedürfnis von Aufmerksamkeit ein bisschen abdecken können. Zwar nicht so krass wie eine Beziehung, aber, ja, ich bin zufrieden, so wie es ist. Und, ja. Bist du eher Optimist oder Pessimist? Ähm, Girl, eindeutig Pessimist. Also, wirklich, ich sehe in allem das Schlechte, damit ich nicht vom Schlechten überrascht werden werde. Punkt. Weil, wenn man schon vom Schlechtesten ausgeht, wird man nicht noch trauriger, wenn es wirklich schlecht wird. Versteht ihr, wie ich meine? Also, ist eigentlich eine schlechte Eigenschaft, aber YOLO. So ist es halt. So bin ich als Mensch einfach gebaut. Wie schaffst du es immer so gechillt zu bleiben? Wo hast du die Wortwahl? Also, an sich, ich weiß nicht, ob ich ein gechillter Mensch bin. Ich denke schon, dass ich, ähm, so Stresssituationen nicht so krass nach außen trage, wenn ich gestresst bin. Ich bin dann eher für mich und heu dann eine Runde. Viele fragen mich auch, äh, bist du bekifft oder so immer? Nein, Leute. Ich bin... Also... Keine Ahnung. Ich bin einfach so, wie ich bin. Wenn man jetzt irgendwie hier großartig Stress schiebt und so, das wird jetzt nichts an der Situation ändern. Deswegen kann ich es auch gar nicht leiden, wenn ich angeschissen werde oder andere Leute angeschissen werden. I don't know. Man sollte aufhören, großartiges Drama wegen Sachen, die schon passiert sind, zu schieben. Es sei denn, du hast jemanden umgebracht, Bitch. Dann musst du damit rechnen, dass man dich ankackt. Aber sonst, chill doch einfach mal deine Arschhaare, denk ich mir dann immer. Wisst ihr? Man kann auch einfach mal chillen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nett, dann nett. Wenn ihr noch Fragen habt, die euch interessieren und die ich in meinem nächsten FAQ beantworten soll, dann folgt mir auf Insta. Tschüss. Hi, welcome to Chili's.